ich hätte jetzt gesagt wir machen jetzt hier noch von sagen wir die hauptquest noch machen wir fangen die hauptquest noch an luci mach mal lass mich in ruhe mit denen unbeschwerter pekinier lohnt sich lohnt sich das hier noch zu machen das lohnt sich so rein zeit was wir da einfach wie angepister ist also manchmal sind die quest viel zu einfach das war jetzt das war jetzt der quest und dafür das ist ein zwei minuten video auf youtube und und Vielen Dank.